Willkommen zu einer neuen Folge im Sales Circle Podcast. Heute ist bei mir Tim Rath zu Gast. Er ist Founder und CEO von Yojaba, der führenden Growth Agency für B2B SaaS im Dachraum. Und heute sprechen wir über das Thema Demand Gen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Tim. Hi Robin, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, sehr über mein Herzensthema zu sprechen. Tim, bevor wir in das Thema noch tiefer einsteigen, erzähl doch einmal kurz, wer bist du und was macht ihr genau mit Yojaba? Ja, voll gern. Also mein Name ist schon erwähnt, Tim Rath. Ich habe vor knapp vier Jahren zusammen mit meinem Dad tatsächlich Yojaba gegründet. Also eine sehr außergewöhnliche Kombi, die man wahrscheinlich nicht alle Tage sieht. Und ja, damals natürlich gestartet, direkt nach meinem Bachelor quasi von Scratch. Ich weiß noch ganz genau, damals in der Studenten-WG irgendwie die ersten Schachzüge in Anführungsstrichen vollbracht. Und dann hat sich das Ganze immer mehr entwickelt, Richtung einer sehr, sehr starken Spezialisierung. Wie du schon gesagt hast, B2B SaaS und Tech ist das, was wir tun. Und zwar nur das. Also wir betreuen aktuell auch 47 B2B SaaS und Tech Companies in unserem Portfolio und haben daher einfach Insights-Daten und Erfahrungswerte, die sonst einfach niemand im ganzen deutschsprachigen Raum hat. Wir sind auch der größte Advertiser auf LinkedIn beispielsweise im Dachraum und können einfach super viel sehen, super viel Trends beobachten. Und deswegen teile ich auch immer gerne mein Wissen, nicht nur mit unseren Kunden, sondern auch hier in Podcasts oder auf Keynotes oder wie auch immer. Super spannend. Und lass uns direkt ins Thema einsteigen. Und zwar würde mich natürlich direkt erstmal interessieren, was verstehst du konkret unter DemandGen? Ich habe das Gefühl, da werden natürlich auch immer wieder Begriffe durcheinander geworfen. Passiert mir selber auch manchmal, ehrlich gesagt. LeadGen etc. Wir sprechen heute konkret über das Thema DemandGen. Was verstehst du da drunter? Ja, super, super wichtige Frage, denn es gibt so viele Menschen heutzutage, gerade jetzt auch zu aktuellen Zeiten, die mit dem Begriff um sich werfen, aber eigentlich nur denken, das ist halt das neue Trend oder Modewort und machen ihr Marketing eigentlich gar nicht anders wie davor. Und das ist halt sehr, sehr schade, denn ich finde DemandGen ist eine der schönsten Änderungen, die es im Marketing eigentlich gab in letzter Zeit, wenn man wirklich versteht, was es eigentlich bedeutet. Und für mich hat es drei konkrete Dinge, die anders anzugehen sind im Thema DemandGen, wenn wir es jetzt mit LeadGen vergleichen und das sind die drei M's für mich. Das sind einmal das Mindset, die Metriken und die Mechaniken. Fangen wir mal mit dem Mindset an. Das Mindset von LeadGen ist ja, hey, wie viele Leads haben wir diesen Monat generiert beispielsweise. Also es geht davon, maximal viele Leads jeden Monat zu generieren. Und wenn wir jetzt mal in DemandGen gucken, dann ist das Mindset eher, hey, wie viele potenzielle Kunden haben wir diesen Monat educated und wie viele Pipelines daraus entstanden. Also der generelle Gedanke ist viel mehr auf Revenue fokussiert, als einfach nur möglichst viele, in Anführungsstrichen, Leads einzusammeln, die halt gar kein wirkliches Kaufinteresse haben. Deswegen werden auch so viele White Paper Kampagnen geschalten auf LinkedIn und Co. oder E-Books oder was auch immer, was einfach nur dazu führt, dass jemand seine Daten einträgt, die dann irgendwie weiterverarbeitet werden oder in meisten Fällen halt auch gar nicht weiterverarbeitet werden, aber gar kein wirkliches Demand kreiert. Also Demand auf Deutsch Nachfrage. Es wird keine wirkliche Nachfrage kreiert, denn Nachfrage kreierst du dann, wenn du wirklich wertvolle Inhalte dort bereitstellst, wo sich deine Zielgruppe auch wirklich aufhält. Und wer liest heutzutage denn noch irgendein White Paper? Wahrscheinlich fast niemand. Und das ist halt genau die Sache. Das heißt, wir gehen weg von, hey, lass uns möglichst viele Leads, einfach nur Leads generieren, hin zu, hey, was müssen wir eigentlich machen, damit wir wirklich Pipeline generieren? Und Pipeline, dass dann auch entsprechend in Umsatz resultiert. Und mit dieser Herangehensweise geht man das Marketing komplett anders an, weil man macht sich auf einmal Gedanken, hey, was will denn ein potenzieller Käufer eigentlich wissen, bevor er überhaupt mal mit Sales reden will? Beispielsweise. Oder wo hält sich eigentlich ein potenzieller Käufer auf, wenn er nach neuen Informationen in meinem Thema guckt? Wie educatet der sich eigentlich? Was ist dem wichtig, wenn er sich educatet? Will der überhaupt irgendeinen PDF runterladen und dafür zehn Fragen beantworten, nur um das PDF zu kriegen? Oder will der viel lieber direkt auf LinkedIn nativ im Feed vielleicht ein zehnminütiges Video anschauen, wo ich ihm jetzt irgendwie seine Fragen beantworte? Diese ganzen Fragen, die kommen dann halt ins Spiel, über die muss man sich Gedanken machen, wenn es wirklich darum geht, dass Marketing accountable gehalten wird für Revenue und nicht nur Sales, wie eben davor. Und das ist halt der komplette Mindset-Chip, der stattfindet. Und wenn man das geschafft hat, dann gibt es eben auch neue Metriken. Also weg von MQL-Goal-Maximierung, also möglichst viele Leads jeden Monat generieren, Monat für Monat mehr, egal was daraus passiert, hin zu, hey, wir haben wirklich Pipeline- und Revenue-Goals, auch im Marketing. Und dafür muss ich halt entsprechend viel Nachfrage für mein Produkt, für meine Brand kreieren. Und da kommen ganz andere Metriken dann ins Spiel. Können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Und das Letzte sind dann eben die Mechaniken, dass ich eben andere Dinge machen muss. Also ich werde viel mehr Content nativ im Feed zum Beispiel ausspielen, auf LinkedIn, auf YouTube, auf TikTok vielleicht sogar, auf Reddit, wo sich meine Zielgruppe wirklich auffällt, wo sie tatsächlich Zeit verbringen. Und weniger versuchen sie in irgendwelche Funnel reinzulocken, mit irgendwelchem Gated-Content, wo man dann halt, wie schon gesagt, irgendwie zehn Fragen beantworten muss, nur um eine Information zu erhalten, was einfach nicht mehr zeitgerecht ist. Jetzt hast du, also ultra interessant, was du schon gerade angesprochen hast, weil diesen Trend, den erkenne ich ja auch zum Beispiel jetzt, obwohl ich im Direct-Sales unterwegs bin, dass du halt eine viel qualifiziertere und qualitativ bessere Pipeline benötigst. Und mir fallen direkt 5000 Fragen gefüllt dazu ein, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir mal Reddit aufgeschrieben. Das ist interessant, das will ich gleich nochmal erstellen. Aber bevor wir da weiter nochmal tiefer reingehen, würde mich nochmal interessieren auch, warum ist das Thema gerade so aktuell aus deiner Sicht? Warum hat das gerade diese Relevanz? Ja, also es ist halt gerade auch für B2B-Sales und Tech-Companies so relevant, weil wenn wir mal zurück überlegen, wie sah eigentlich die Welt vor noch zwei Jahren, 2001 zum Beispiel, aus, da war es ja so, hey, growth at all costs, lass uns einfach nur so viel Budget rein, wo der wie nur geht, weil wir müssen ja am schnellsten möglich wachsen. So, das kannst du heute nicht mehr machen, denn heute dreht sich alles um effizientes Wachstum. Es geht darum, tatsächlich Marketing profitabel, nachhaltig profitabel hinzubekommen. Und da ist natürlich dein Cuck-to-LTV, also dein Customer Acquisition Cost zu Lifetime Value, Customer Lifetime Value, dieses Verhältnis, viel relevanter als noch für zwei Jahre. Wenn du gar nicht zeigen kannst, deinem C-Level, dass du dein Marketing tatsächlich effizient aufgestellt bekommst, also jeden Dollar, den du ausgibst, dass der direkt auf Revenue zurückzuführen ist, dann wirst du früher oder später wahrscheinlich die Firma verlassen müssen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und wir haben sehr, sehr viele Accounts angeschaut im Zuge der letzten zwei Jahre. Und in fast jedem Account, und wir haben wirklich fast wahrscheinlich fast 100 Accounts oder so uns angeguckt, ist die Win-Rate von einem Lead zu einem Neukunde bei weit unter einem Prozent. Und wir werden jetzt mal überlegen, wie viele Opportunitätskosten da reinfliegen. Also jeder Lead wird ja von dem Sales-Team meistens angerufen. Da werden E-Mails hinterhergeschickt. Da guckt man sich noch auf LinkedIn bei jedem potenziellen Lead irgendwie nochmal alles an, liest sich durch, holt sich Infos und, und, und. Und diese ganzen Kosten und natürlich auch der ganze Mediaspend, der da reinfällt, die ganzen Tools, die du brauchst, weil du so viel mehr Leads auch in HubSpot oder Salesforce zum Beispiel hast. Das ist einfach, es ist so aufgeblasen gewesen, nur damit du möglichst viele Leads hast, einfach aber, diese Leads sind meistens nur Kontaktinformationen. Die haben gar kein Kaufinteresse. Und das ist halt, das ist halt die Realität, die jetzt so viele quasi wegschmeißt, fast schon, weil sie auf einmal merken, oh shit, so wie ich mein Marketing bisher gemacht habe, ist es ja gar nicht mehr tragfähig. Ich muss jetzt ja wirklich eine effiziente Heranweise wählen. Und effizient ist, wenn du wirklich deine potenziellen Käufer educatest, also sinnvollen Content stiftest, sodass sie von sich aus dann irgendwann sagen, hey, also sozusagen Handraiser generieren, hey, jetzt habe ich echt Bock, mir mal dein Produkt anzugucken und tragen es sich von sich aus dann auch gern mal in eine Demo ein. Und ich pushe die nicht immer überall dahin. Es geht vielmehr darum, dass Marketing da ist, wirklich Nachfrage zu generieren mit sinnvollem Content, dort, wo sie sich aufhalten, sodass sie von sich aus sagen, hey, ich möchte mir jetzt eine Demo anschauen. Und das ist natürlich heute viel relevanter als noch vor zwei Jahren, weil das eben effizient auch ist. Erstens das, zweitens würde mich da auch nochmal interessieren, deine Sichtweise, inwiefern spielt die Art und Weise, wie der B2B-Buyer heutzutage einkauft. Also vielleicht auch das Erlebnis, was er aus dem Consumer-Bereich kennt und mit in den B2B-Bereich mit einfließen lässt, eine Rolle. Ja, also das ist auch mit der Grund tatsächlich, warum Demand-Gen so an Popularität gewonnen hat und warum das jetzt auch so viele sehen. Weil Demand-Gen, und das ist auch wieder das Mindset-Thema, Mindset von Demand-Gen ist, ich muss verstehen, wie B2B-Bereich heute einkaufen wollen. Und bei Lead-Gen versucht man gar nicht, den Kunde so richtig zu verstehen. Die allerwenigsten haben da jemals ever Research gemacht oder mal mit dem Kunde telefoniert beispielsweise. Bei Demand-Gen basiert eigentlich oder startet eigentlich erst alles mal mit einem wirklich intensiven Research. Also wir zum Beispiel mit Accounts arbeiten, wir sprechen mit Marketing, Sales, Customer Success, Product, packen da alle Insights zusammen und dann auch mit den Kunden der Kunden und packen nochmal die Insights zusammen und fangen dann überhaupt erst an und lesen dann auch noch G2-Reviews und so weiter. Also dass wir wirklich ein ganzes Bild haben. Und dann ist halt der Approach zu verstehen, okay, wie wollen B2B-Bereich heute eigentlich einkaufen? Und dann kann man sich zum Beispiel schöne Studien von Gartner angucken, die zum Beispiel besagt, hey, nur 17% von allen Käufern sprechen überhaupt mit Sales, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Das sagt die allermeisten Leute, die haben überhaupt schon entschieden, bevor sie mit Sales sprechen. Und wenn ich das weiß, dann würde ich natürlich direkt meinen Fokus shiften weg von Sales hin zu, okay, wie kann ich jetzt mit Marketing die Kaufentscheidungen so stark beeinflussen, dass die Leute sich für uns entscheiden, bevor sie überhaupt mit Sales reden. und Sales quasi nur noch den Sack zumachen muss. Also quasi einfach eine Bestellung aufnehmen im besten Fall und nicht mehr überzeugen muss, weil Marketing schon die ganze Vorarbeit geleistet hat. Und das ist eben Demand-Gen. Und natürlich ist es auch so, dass wir halt viel mehr Auswahl haben als Käufer. Also ich meine, 2011 gab es 150 Marketing-Tech-Tools, heute gibt es über 10.000 Käufer haben verdammt viel Auswahl und haben dementsprechend natürlich mehr Macht sozusagen. Also wir haben eine Buyer-Led-Economy heutzutage. Das heißt, der Käufer kann selber entscheiden, will selber entscheiden, will seinen eigenen Research machen und will nicht irgendwie genervt werden von irgendwelchen nervigen SDRs, die achtmal am Tag anrufen, ungefragt. Nur weil ich irgendwann vor zwei Wochen... Und umdringt die Discovery machen wollen. Genau, nur weil ich irgendwann vor zwei Wochen mal meine Kontaktdaten für ein Whitepaper eingetragen habe. Das ist aber leider halt die Realität. Aber so will keiner einkaufen. Also wenn wir jetzt mal überlegen, hey, wie will ich eigentlich gerne Software einkaufen? Das ist meistens so, hey, ich habe irgendwie ein Need in der Firma, habe vielleicht schon mal von einer Brand öfter gehört, die haben echt coole Informationen, die verstehen das. Und dann gucke ich mir da nochmal intensiver das an und niemals werde ich mich dort melden, wo ein Seller vielleicht davor mich zehnmal versucht hat anzurufen. Hundertprozentig. Also aus eigener Erfahrung habe ich mich mit ein paar Software-Tools die letzten zwei der Wochen auseinandergesetzt. Und für mich kamen die zum Beispiel in eine engere Auswahl, die einen Free-Trial angeboten haben, wo ich nur einen Free-Count angelegen musste und mehr nicht. Also weil irgendwie, wie du gesagt hattest, eine Wand vorschalten und dann erstmal einen Call und hier und da. Also ich will an dem gleichen Tag noch sehen, ist das Produkt, also taugt das was für mehr und geht dann sozusagen in tiefere Gespräche. Anstatt, dass ich halt erst mich mal anmelden muss, auf einen Call warten muss, vielleicht noch ein paar Tage und dann erst sozusagen irgendwie was vielleicht... Ja, das ist auch wieder die Selbstbestimmung. Also Käufer wollen halt selber entscheiden, was sie tun, wann sie die Dinge tun und auch wo sie es tun. Wenn ich jetzt den Preis von einem Produkt wissen will und diese Information nicht bekomme, weil auf der Pricing-Page einfach nur steht, buche dir einen Call, dann sagen wir es und dann muss ich zwei Wochen warten, um den Preis zu wissen, dann bin ich schon ziemlich genervt und gucke mir wahrscheinlich direkt ein anderes Tool an, wo ich direkt den Preis weiß. Das sind einfach so Sachen, die halt leider die wenigsten Unternehmen verstehen. Die wollen B2B-Buy einkaufen. Oder wenn ich halt mir jetzt direkt das Produkt angucken will, dann sollte ich eben eine Product-Tour direkt auf der Website mir angucken können und nicht erst eine Woche warten, bis ein Seller mal Zeit hat, mir eine Demo zu geben. Das ist einfach nicht mehr zeitgerecht. Und jetzt sind wir natürlich auch genau schon so in diesem Thema drin, wo wir als nächstes reingehen. Du hattest es eben schon mal angesprochen, es geht um Educating-Content, also Content, der die Leute irgendwie, also der Mehrwert stiftet, so habe ich es verstanden, der aber gleichzeitig auch den Leuten zeigt, was kann mein Produkt und kann mein Produkt dir vielleicht auch am Ende des Tages helfen. Kannst du da noch mal einen tieferen Einblick geben, wie baut man sowas überhaupt oder was für Gedanken sollte man sich in erster Linie erst mal machen, um überhaupt guten Content bereitzustellen. Weil das ist ja, glaube ich, viele auch eine Herausforderung, eine Challenge, genau die richtigen Content-Pieces, Formate etc. nach außen bereitzustellen. 100 Prozent. Also was definitiv nicht funktioniert und was aber leider die meisten Unternehmen machen, ist, die schauen bei Competitorn, was haben die für Content oder was haben die für Ads. Ey, lass mal das Gleiche bespielen, weil unsere Zielgruppe hat ja die gleichen Pain-Points und wir packen unser Branding drauf und dann wird es schon. Das ist halt leider nicht so effektiv. Was effektiv ist, ist wirklich beim Kunde zu starten. Sprich mit deinen Kunden und vor allem auch im Marketing-Team muss man mal den Hörer in die Hand nehmen und die Kunden interviewen und mal fragen, was die denn eigentlich für Probleme haben. Und dann wird sich irgendwann ein sehr schönes Bild ergeben, wo potenzielle Kunden natürlich sehr, sehr viele Fragen haben von, sagen wir mal, ganz Anfang der Bias-Journey, komplettes Problemunbewusstsein. Die haben halt die Frage, warum sollte ich überhaupt etwas ändern, beispielsweise. Und dann gibt es ganz viele Fragen, hunderte von Fragen, je nachdem, wie komplexes Produkt auch ist, bis hin zu, wo kann ich unterschreiben? Das ist so die letzte Frage dann wahrscheinlich. Und in diesem Zwischenraum ist es jetzt meine Aufgabe, jede einzelne Frage bestmöglich zu beantworten, sodass potenzielle Kunden alle Antworten haben und durch diese Journey quasi super smooth auch durchgeführt werden. Und das ist eine sehr gute Herangehensweise. Und natürlich am Anfang ist es eher so Problemunbewusstsein, also warum sollte ich etwas ändern? Die nächste Stage ist dann meistens, hey, warum eigentlich jetzt? Also, weil in Konzernen kennen wir was, hey, wir sollten was ändern, aber hey, reicht ja noch in fünf Jahren. Wir wissen es alle. Deswegen, genau, warum was ändern? Warum jetzt? Dann, was ist eine gute Lösung? Und bisher habe ich übrigens noch gar nicht über mein eigenes Produkt geredet, sondern ich habe nur die Fragen meiner Kunden beantwortet, weil ich ihm ja wirklich helfen möchte. So, welche Lösung? Und dann zum Beispiel, wie sieht der Prozess aus von die alte Lösung zur neuen Lösung? Und erst dann beantworte ich die Frage, warum bist du die beste Lösung? Also so systematisch, erst ganz am Ende spreche ich dann eigentlich über mein eigenes Produkt wenn ich in die Gedankenwelt meiner Kunden einsteige, die ganzen Themen, die die haben, die Probleme, dann will ich denen ja wirklich erstmal Antworten liefern, bevor ich was direkt verkaufen will. Weil wenn ich denen die ganzen Antworten zu ihren Fragen geliefert habe und die dann am Ende wirklich nur noch die Frage haben, hey, okay, was ist denn jetzt konkret das beste Produkt? Ach ja, da gibt es diese eine Brand, die hat mir eh schon bis hierhin alles beantwortet von Käufen. Die wird wahrscheinlich auch das perfekte Produkt für mich haben, weil noch niemand hat mich so gut verstanden wie dieses Unternehmen bisher. Ja, krass. So, das ist ganz logisch. Und das ist so der Prozess, den wir verfolgen. Was mich, oder wo ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenke, ist, das kann ich ja auf zig verschiedenen Kanälen eigentlich tun. Homepage, LinkedIn, hattest du eben schon mal auch fallen lassen, Instagram, TikTok, du hattest eben Reddit genannt, was mich auch nochmal also wirklich im Speziellen interessiert, wie von Reddit da auch eine Rolle spielt. Ich meine, die Plattform suche ich natürlich dahingehend auch danach aus, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Das ist, glaube ich, irgendwie logisch, aber inwiefern, welche weiteren Faktoren spielen da eine Rolle. Kannst du da mal nochmal Einblicke geben? Eigentlich, also es fängt immer mit der Zielgruppe an. Reddit ist, weil du es jetzt angesprochen hast, eben zum Beispiel für Entwickler-Zielgruppen sehr, sehr relevant, weil die halt sehr viele Diskussionen da führen und da ist zum Beispiel Reddit extrem, extrem wertvoll. Ansonsten ist es halt immer wichtig zu verstehen oder zu unterscheiden zwischen einem Demand-Creation-Channel und einem Demand-Capture-Channel. Ein Demand-Creation-Channel, ist einfach nur dazu da, Nachfrage zu generieren, zu educaten und nicht dazu da, um ready-to-buy-Leads, also Leute, die jetzt kaufbereit sind, einfach nur abzuschöpfen. Das ist ein Demand-Capture-Channel. Deswegen ist es auch so, warum viele Unternehmen LinkedIn direkt mit Google vergleichen, was gar keinen Sinn macht, denn LinkedIn ist ein komplett anderer Kanal wie Google und ist auch komplett anders zu handhaben wie Google, weil wenn ich Google-Ads mache, dann schalte ich natürlich meine Ads auf Leute, die suchen, hey, zum Beispiel Software, irgendeine Software kaufen. Die sind jetzt kaufbereit, die wollen jetzt ein Angebot haben. So, auf LinkedIn, LinkedIn ist ein Kanal, da kann ich nicht, wie Leute finden, die jetzt kaufbereit sind, weil das in der Natur des Kanals nicht funktioniert. Das heißt, wie ich LinkedIn sehen sollte, ist einfach nur, dass LinkedIn eine garantierte Ausspielung, eine garantierte Ausspielung von dem Content, den ich ausspielen möchte, zu meiner Zielgruppe, was extrem wertvoll ist. LinkedIn hat das beste Targeting überhaupt und ich kann kalte Zielgruppen erreichen, die mich noch nicht kennen und LinkedIn garantiert mir, dass diese Zielgruppen meinen Content sehen, was mega ist. Das heißt, ich habe die Chance, wenn ich schaffe, wertvollen Content zu erstellen, quasi eine garantierte Ausspielung zu erreichen, dass meine Zielgruppe den Content sieht und was mache ich natürlich oder welches Ziel sollte ich verfolgen? Naja, dass ich so interessanten Content bereitstelle, der so viel Mehrwert hat, dass die Leute sagen, das war jetzt echt mal interessant. Mal gucken, ob die noch weiteren spannenden Content haben, die noch mehr meiner Fragen beantworten, mit denen ich mich gerade beschäftige und so komme ich dann vorwärts in der Buyer's Journey, sodass ich dann irgendwann mal, wenn ich 10 Videos von einer Brand auf LinkedIn gesehen habe, die mich so weitergebildet haben, sagen, okay, jetzt gucke ich mir meine Demo an und was passiert dann? Nein, die klicken nicht auf LinkedIn, auf dein Logo, sondern die geben dann bei Google ein, dein Brandname und googeln das und dann klicken sie auf deine Google Ad. Das heißt, LinkedIn hat den Demand kreiert, die Nachfrage kreiert und Google hat die Nachfrage abgeschöpft. Die beide gehen Hand in Hand. Was die meisten Unternehmen machen ist, sie gucken jetzt in ihr CM, da steht, hey, Google hat den Lead gebracht, wir müssen mehr Budget auf Google klatschen, weniger auf LinkedIn. Google ist die beste Genau, richtig, genau. Mehr Budget auf Google, weniger auf LinkedIn, weil LinkedIn funktioniert ja nicht. Dabei hat LinkedIn die komplette Education betrieben und war überhaupt der Grund, warum die Leute dann auf Google deinen Brandname eingegeben haben und das muss man halt erst mal verstehen und so ist es halt wichtig zu unterscheiden zwischen Demand Creation und Demand Capture Channel und dann die perfekte Symbiose zu finden für deine Zielgruppe und dein Produkt. Wie kann ich da einen Bezug herstellen? Also wie kann ich feststellen, dass LinkedIn genau das sozusagen macht, was du gerade erklärt hast, nämlich, dass die Leute hingehen und meinen Namen, meine Brand googeln. Wie kann ich da eine Verbindung sozusagen auch in gewissen KPIs feststellen, dass ich auch sehe, dass das rentabel ist, was ich mache? Ja, mega relevante Frage. Da kommen wir jetzt in das ganze Attribution-Thema rein und aktuell ist es ja so, dass die allermeisten Unternehmen sich nur auf Software-Attribution verlassen. Also die gucken in ihr CM, hey, wo kam der Lead her? Ah, Google, alles Google, okay, mehr Budget auf Google. Es ist aber halt leider nur die halbe Wahrheit. Denn wenn man die Leute mal direkt fragen würde, hey, woher kennst du uns eigentlich? Dann würden die meisten nicht den letzten Touchpoint, also Google, angeben, sondern wenn sie wirklich zehn Videos auf LinkedIn gesehen haben, werden die ziemlich sicher LinkedIn angeben. Und das nennt man Self-Reported Attribution, also dass eine Person selbst reportet, woher sie dich kennt oder woher sie kommt. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel direkt in einem Anfrageformular zu fragen, hey, woher kennst du uns? Und dass der erste Call, wenn die erste Person anruft, auch direkt nochmal fragt, hey, du hast ja angegeben LinkedIn, sag mal, weißt du noch, was das war? War das vielleicht ein Video? War das ein Text? Kannst du dich noch an die Person erinnern? Und, 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 um halt ganz genau zu bestehen, was die Nachfrage wirklich kreiert hat? Oder bei uns steht zum Beispiel dann oft, hey, ich habe Tims Keynote auf der OMR zum Beispiel gesehen. Ich könnte niemals, niemals irgendwie nachverfolgen, ob diese Keynote auf der OMR irgendwas gebracht hat, wenn ich nicht direkt nachfragen würde, weil keine Software kann das ja tracken. Und deswegen gilt es, ein Hybrid Attribution Model aufzustellen, das neben der Software Attribution auch eine Self-Reported Attribution beachtet, sodass ich beides zusammen habe, weil dann, wenn jemand über Google kommt, dann sehe ich, okay, da kam zwar Demand Captured, also, ne, so geben wir das dann auch an bei uns oder bei unseren Kunden, Demand Captured Channel, Google Ads, Demand Creation Channel, LinkedIn, dann weiß ich, aha, interessant, ne, und nicht nur die halbe Wahrheit wie davor Demand Capture, Google und nichts LinkedIn, ah ne, LinkedIn funktioniert nicht. Ja. Ne, beides ist wichtig und nur, wenn beides gut funktioniert, dann kann das Ganze funktionieren. Und jetzt sind wir schon in diesem Thema KPIs natürlich schon fast ein bisschen eingetaucht, würde mich nochmal interessieren, was sind so für dich die wichtigsten Kennzahlen, weil da geht es ja auch viel um Ausprobieren, ne, also was funktioniert, was nicht, was kommt vielleicht besser bei der Zielgruppe an, was nicht, ähm, was sind da so die wichtigsten KPIs, wenn man das überhaupt, ähm, so nennen kann, jetzt ich als, als Laie, ne, der drauf guckt, ähm, wo ihr immer drauf schaut, ähm, wo ihr sagt, die müssen performen. Ja, ganz, ja, verständlich. Ähm, also, auf jeden Fall nicht Leads, das ist das Allerwichtigste, und dann gibt es verschiedene Stufen der Metriken, die wir angucken. Ne, also das, das Einzige, was am Ende des Tages wirklich zählt, ist Pipeline und Revenue. Ja, für Pipeline empfehlen wir immer die Pipeline, die mit mindestens 25% closed, beispielsweise, und Revenue ist halt Revenue, ne, da gibt es nicht viel dran zu mitteln. und das ist auch das Einzige, woran Marketing gemessen wird, tatsächlich. Marketing braucht natürlich gewisse positive Signale, um zu verstehen, hey, wir gehen in die richtige Richtung, das wird Pipeline generieren, beispielsweise. Und dann gibt es ganz am Anfang, ähm, die Metrik Engagement Rate, ne, also wie viel Engagement, und da ist auch wichtig zu gucken, ICP Engagement, also nicht nur irgendein Engagement, ich könnte ja auch ein Katzenvideo posten, oder so, sondern ICP Engagement, wie viel potenzielle Kunden engagen tatsächlich mit meinem Content, und wie erhöht sich der auch Monat für Monat, wie viel mehr Company Follower bekomme ich zum Beispiel von meinen ICPs auf LinkedIn, was extrem relevant ist. Wir sehen eine riesen Korrelation zwischen mehr ICP Company Follower und direkte Inbound Demo Requests bei Kunden, eine sehr starke Korrelation. Und genau, das ist auch schon der Punkt, mehr ICP Engagement führt zu einem höheren Brand Lift, weil umso mehr Leute meinen Content interessant finden und educated werden, umso mehr Leute suchen auch nach meiner Brand auf Google. Das ist dann der Brand Lift. Ja. Und umso mehr Brand Lift ich bekomme, umso mehr Menschen nach meinem Produkt oder meiner Brand auf Google suchen, umso mehr Inbound Website Requests werde ich haben. Ganz logisch. Umso mehr Yojava zum Beispiel geugelt wird, umso mehr Leute melden sich bei uns und stellen eine Anfrage. Klar. Und mehr Anfragen auf der Website führen natürlich dann zu Pipeline. Das heißt, das sind so die positiven Signale und dann werde ich ganz klar an Pipeline und an Revenue gemessen. Das sind so die Metriken. Da gibt es natürlich noch viele mehr, aber das sind so die Wesentlichen, auf die ich mich jetzt mal konzentrieren würde. Und du hattest eben ein Thema nochmal angesprochen bei LinkedIn bezüglich Wachstum und das Engagement für den richtigen Content. So habe ich es verstanden. Also nicht für irgendwie Katzenvideos etc. pp. So wie du es genannt hast, sondern wirklich für den Content, wo ein ICP auch entsprechend nachher einen Mehrwert für hat. Da würde mich nochmal interessieren, sollte ich meinen Fokus eher auf Organic legen, also wirklich, dass ich sozusagen organisch poste und die Leute interagieren oder sollte ich eine, ich sag mal, Strategie fahren, die zweigleisig ist, gleichzeitig mit Paid. Was mich dann wiederum dazu führt, zu der Frage führt, was funktioniert das, was organisch sozusagen gut ist, funktioniert das automatisch auch in der Paid-Variante. Kannst du da nochmal Einblicke geben? Ja. Also es kommt immer extrem stark drauf an, was ist das für eine Firma, wie viel Kapital hat diese Firma, wie groß ist die Firma. Deswegen gibt es da jetzt keine pauschalkorrekte Antwort. Das muss man immer individuell betrachten. Wenn es jetzt um ein Startup geht, die gerade erstmalig irgendwie ihr Marketing bespielen wollen, dann würde ich sagen, hey, starte erstmal organisch und verstehe, was resoniert, welche Messages ankommen, sodass du die dann mit Paid leveragen kannst. weil Paid ist eigentlich nur ein Brandbeschleuniger sozusagen. Wenn du was hast, was funktioniert, dann kannst du es noch viel besser funktionieren lassen. Wenn du was hast, was nicht funktioniert, dann wird es auch noch schneller weniger, noch schneller nicht funktionieren sozusagen. Dafür ist Paid da. Wenn ich jetzt aber eine Firma habe, die schon irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Mitarbeiter hat, größeres B2B SaaS und Tech-Unternehmen, dann weiß ich ja, dann habe ich ja schon Message-Market-Fit, auch vom Sales her zum Beispiel, wenn ich viel Outreach gemacht habe und, und, und. Und dann kann ich auch damit, wenn man natürlich auch mit anderen Budgets hantieren kann, schon direkt mit Paid starten, was auch Sinn macht. Also es kommt immer auf viele Sachen drauf an, in welcher Stage sich ein Unternehmen befindet, aber generell kann man eigentlich fast nie zu früh mit Paid starten, sobald man die ersten resonierenden Messages hat. Dann kann man auch mit wenig Budget schon mal erste Beiträge pushen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Thought Leader-Ads, da kann man private, also Personal Brands und deren Beiträge die organischen Posts pushen, was halt sehr, sehr viel Sinn macht, um einfach noch viel mehr Leute in der Zielgruppe zu erreichen. Und genau, was wir übrigens auch viel machen, auch mit Kunden. Und da komme ich auch zu deiner zweiten Frage, wie spielt eigentlich Paid mit organisch zusammen? Sollte man da anderen Content machen? Nee, weil beides landet ja genau so im Feed. Also ob das jetzt ein organischer oder bezahlter Content ist, der wird genau so angezeigt. Bei dem Paid steht halt auch der Sponsor drüber, aber im besten Fall sind die sehr, sehr ähnlich, sodass ein Nutzer quasi gar nicht das Gefühl hat, das ist jetzt eine Ad. Weil immer, wenn ich schon direkt sehe, das ist eine Ad, dann klicke ich eher weg, weil keiner will eine Ad sehen, sozusagen. Ja. Das heißt, was halt sehr, sehr gut funktioniert, ist die Posts, die organisch schon performen, die zum Beispiel nochmal zu pushen, weil die werden auch dann im Paid-Teil genauso gut performen. Zusätzlich habe ich halt die Möglichkeit, im Paid-Teil Retargeting zu nutzen. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, die Leute, die zu 75 Prozent ein Video A gesehen haben, werden ziemlich sicher auch Video B sehen wollen, weil das quasi so das nachfolgende Thema ist und die kann ich dann da direkt drauf leiten. Also den Personen kann ich dieses Video dann ausspielen. Okay. Und zum Beispiel mein Produkt mal zeigen oder vielleicht mal eine Customer Success Story zeigen und und und. Also da kann man halt viel mehr machen und ein viel größeres Setup auch haben, auch zum Beispiel für verschiedene Zielgruppen, Märkte und und und, verschiedene Sprachen, was halt im organischen Bereich ein bisschen schwierig ist, alle irgendwie immer gleichzeitig zu bespielen. Da muss man sich ja dann schon auf eine Strategie fokussieren. Ja, vor allem, was du gerade sagst, ist, wenn ich halt eine, ich sage mal, Content-Schleife baue, die so ein bisschen educaten soll oder die educaten soll nicht ein bisschen, dann macht das ja auch absolut Sinn, was du gerade gesagt hast, die, die Video A gesehen haben zu retargeten auf B, dass du wirklich wie ein Marketing-Funnel halt auch darüber sozusagen darstellst und das ist natürlich organisch, ist das halt nicht wirklich steuerbar. Also komplett. Das ist wesentlich schwieriger. Ja. Was sollte man ungefähr am Budget ausgeben, das würde mich mal interessieren, damit es überhaupt Sinn ergibt, weil ich meine, da, manche probieren sich mit ein paar Euros, du nennst es jetzt mal aus, aber was ist so deine Erfahrung, was sollte man da mal mit Minimum mitbringen, damit man überhaupt mal einen positiven Effekt sozusagen erzielt? Ja. Also bei LinkedIn würde ich nicht unbedingt unter 3.000 bis 5.000 Euro starten, das ist so das absolut Minimale, dass es auch Sinn macht, meiner Meinung nach, aber da kann man schon mal erste Erfahrungen sammeln, erste Tests irgendwie fahren und gucken, ob das funktioniert und dann kann man ja immer noch auftreten im Endeffekt. Aber das würde ich schon auf jeden Fall mal mitbringen und dann auch lieber und das machen die meisten auch, die splitten dann irgendwie ihre 5.000 Euro Mediobudget auf 10 verschiedene Channels, das macht gar keinen Sinn. Lieber ein Channel und den mal zum Laufen bringen und das ganze Budget da reinbringen, weil ich weiß, meine Zielgruppe befindet sich da, zum Beispiel LinkedIn ist halt sehr oft im B2B-Stars- und Tech-Space sehr, sehr relevant, dann lieber die 5.000 Euro in einem Markt auf LinkedIn und wirklich eine Sache intensiv testen und erst dann die nächste, anstatt irgendwie das jetzt zu verstückeln, weil dann habe ich eigentlich gar nichts daraus gewonnen und auch kein Ergebnis. Ja, finde ich ein guter Hinweis und also aus eigener Erfahrung, aus dem letzten Jahr, wir haben versucht halt über Social, also über Paid Social auch, ich sage mal, mit dem Podcast zu wachsen und wir haben halt, ich sage mal, das Budget so aufgeteilt, dass es nirgendwo signifikanten Impact hatte und hätten wir das halt auf einen Channel sozusagen fokussiert, hätte es wahrscheinlich viel mehr Output generiert, als hätten wir jetzt zum Beispiel, wir haben TikTok, wir haben Instagram, wir haben Spotify Ads und wir haben LinkedIn versucht gleichzeitig zu bespielen und überall halt nicht, ich sage mal, entscheidende Masse sozusagen erreicht, damit die Ads überhaupt mal einen gewissen Effekt sozusagen erzielen an der Stelle. Ja, voll. Tim, wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Eine letzte Frage möchte ich dir nochmal stellen und wir waren auch eben schon so ein bisschen, das hat schon so nach so einem Tipp sozusagen geklungen, den du gegeben hast. Zum Schluss möchte ich dir nochmal drei Tipps für erfolgreiche Demandstellen sozusagen entblocken. Was sind deine drei Tipps für erfolgreiche Demandstellen, die du den Zuhörern und Zuhörern mitgeben würdest? Ja, also es fängt alles mit einem wirklich intensiven, guten Research an und zwar bei den eigenen Kunden. Also bester Tipp ist einfach, sprich mit deinen Kunden so viel, wie es nur möglich ist. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber rede mit deinen Kunden. Das ist wirklich das Allerwichtigste, deine wichtigste Informationsquelle für dein komplettes Fundament. Dann der zweite Tipp ist, nutze Video-Content. Also hol dir interne Subject-Matter-Experts und frag die dann die Fragen, die deine Kunden haben und nimm das Gespräch auf, dieses komplette Interview und spiel den Video-Content dann aus auf LinkedIn, YouTube und so weiter, weil Leute wollen Videos gucken. Das funktioniert einfach viel besser, als wenn ich das irgendwie in einen PDF, in einen White Paper oder was auch immer packe. Und ist auch viel nahbarer, weil eine Person einfach mit dir redet. Und dann Tipp Nummer 3, würde ich sagen, ist das Ganze, ja, also diese Nuggets. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast habe, dann kann ich ganz viele einzelne Nuggets davon eben auf den verschiedensten Kanälen ausspielen. zum Beispiel TikTok, LinkedIn oder auch YouTube Shorts gibt es ja auch und so weiter. Dieses Real-Marketing wird meiner Meinung nach eines der wichtigsten Skills überhaupt going forward sein. Wie ich wirklich es schaffe, sehr konsolidiert wichtige Informationen als Sneak-Peak, als Snippet sozusagen, rauszuhauen und dann immer wieder meine Zielgruppe zu zeigen. Und dann aber auch den Long-Form-Content in Form von einem Podcast und so weiter zu haben, sodass ich beides zusammenführe. Ich glaube, wenn man das schafft, diese drei Tipps, habe ich noch tausend mehr Tipps, aber ich würde auf die beschränken. Sehr coole Tipps. Also ich bin gespannt. Also gerade das Thema Reels, das unterschätzen ja viele und für mich, also ich finde es auch trotzdem eine Kunst, diesen Long-Form-Content, wie du es eben genannt hast, so in Snips zu packen, dass sie wirklich sehr, sehr kurz und prägnant konsumierbar sind, was Aussagen und Bock auf mehr haben. Das ist schon echt nicht einfach. Und das ist auch das, was, glaube ich, viele Firmen verkehrt machen, sich dafür keine Experten reinholen, sondern es da irgendwie versuchen, ja, der kann das ja mal nebenbei noch so mitmachen, der ist ja sowieso da. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Fehler, vielleicht nochmal als Ergänzung dazu. Tim, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich finde super viele Informationen, super viele Tipps innerhalb der letzten 35 Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. vielen Dank, dass du da warst und die Tradition gebührt, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen übergebe ich noch einmal an dich und verabschiede mich schon mal. Ja, sehr gerne. Freut mich riesig, dass du auch was mitnehmen konntest. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Und wenn noch irgendjemand eine Frage hat, ich bin relativ aktiv auf LinkedIn, freue mich über jeden, über jede Nachricht. Lass uns connecten, lass uns austauschen, lass uns das Ganze im Marketing, im Dachraum einfach ein bisschen besser machen jeden Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.